so wo sind die autos 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 da sind direkt autos sogar ein polizeiauto weg das soll immer gutes loot rennen rüstung werde nice was ist besser grün oder blau immer grün oder ist ein aber der ist so weit weg grün blau lila gold scheiße habe ich das schlechtere genommen verdammt man irgendwann stehen auch das springen ist irgendwie scheiße da wird man so langsam durch okay nämlich die blaue ak jetzt wenn die besser ist grün blau lila gold was ist das ist das ein gegner what the fuck was ist das das ist eine statue keine ahnung ich zock nie so games die so rarität haben irgendwie ein collectible was auch immer man mit den collectibles macht ne ach da stand da gerade okay grün blau lila und gold ich habe nur lila gesehen wurde gebetet ganz im ernst ich dem doppel ak ja so dieser komische togler oder was auch immer das ist das wirkt ja gar nicht so geil vorne ist ein gegner lassen wir uns zu dem hin misst ist weg aber ich wollte doch oh oh ja komm hier hoch ich habe leider gar keinen plan oder hin ist jetzt oh der hat eine shotgun hoffentlich keine krasse warum klingt das so als wäre hier noch action ah vergiss oh mein arm juckt oh wenn irgendwann mal im finale mein arm juckt dann weine ich jucken der stellen ignorieren ist einfach so level 10 mönch aufgabe also oh 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 Die Glocken und die Kirchen, ey, die beten dieses Gas hier hin. Wahrscheinlich ist das heilige Luft, die Vampire tötet. Gibt es sowas im Pen & Paper Universum, dass irgendwann mal... So, Scheiße. Geht da ab, ey. Die Waffe, ey. Was schießt ihr? Mit Flakgeschützen? War das nicht hier? Äh, Grave, moin moin. Ja, ich spiel, ähm, ich spiel einfach jeden Tag eine andere Klasse. Damit ich so Feedback geben kann. Was an denen gut oder schlecht ist oder so. Heute spiel ich ihn und ich mach einfach die Reihe so weiter. Ah, da ist was. Ich wusste nämlich, dass... Oh nein, da wollte ich nicht hinspringen. Mann, du Affe. Ich hab nämlich noch irgendwas in der Nähe gehört. Deswegen wollte ich auf jeden Fall auch nicht Diablerieren. Ey, der Typ gammelt da so rum. Ja, ich hab manchmal denke ich so, boah, ich duck mich jetzt mal kurz hier vorne an die Ecke und dann slidet der. Ich glaub, ich warte mal ab. Vielleicht hab ich Glück in die Zone, der spielt mir in die Karten und der muss hier hin. Hm, nee, leider nicht. Ich bin ein richtiger Dächer nach Skull. Boah, der kämpft gegen die Bots. Boah, der hat den gekillt. Ey, die Bots sind aber auch krass, ne? Yo. Boah, ey, die haben den echt mal da einfach weggenudelt. Die Bots sind echt nicht bad hier, ne? Die sind echt gefährlich. Boah, wo ist der jetzt hin? Boah, wo ist der jetzt hin? Boah, wo ist der jetzt hin? Du Arschnudel. Ach krass, nur noch vier? Hä, das ging ja schnell. Die Zone ist immer zu groß für die Menge im Late Game. Aber am meisten stirbt man, weil man Third Partied wird hier, muss man ganz ehrlich sagen. Weil sich irgendeiner in einen Fight einmischt. Oder wenn du den gerade gekillt hast und dann nur noch zehn AP hast, dann einer kommt. Muss man echt sagen. Das ist echt das, was dich am meisten killt. Ey, Öhrchen. Ich find's eigentlich nice bis jetzt, ey. Es läuft super gut für eine Pre-Alpha. Super überrascht. Und ich find auch, dass es Spaß macht. Okay, einer ist da hinten. Ich jag den mal. Oh, scheiße. Ich wollte den jagen und jetzt werd ich gejagt, oder was? Ey, schrei nicht so, Junge. Fuck, jetzt ist der nicht mehr markiert. Okay. Okay, ja. Den muss ich... Oh, die fighten. Nice. Ey, Team-D, oder was? Die schießen ja gar nicht. What the fuck? Ernsthaft? Sind das Teamer, oder was? Die standen sich gerade genau gegenüber und haben nicht geschossen. Boah, ich hoffe, die Team nicht. Bin ich mal endlich wieder... Was heißt endlich? Wir waren vorhin eigentlich auch im Finale, aber... Dann bist du im Finale und dann auf einmal hast du Teamer bei dir drin. Wie scheiße, wer das denn? Ich hab das Gefühl, dass der auskünftschaftet und der andere jagt. Ich hab den 500en, oder was? Ich hab das Gefühl, dass der auskünftet ist. Ich hab das Gefühl, dass der 20, der auskünftet ist. Ich hab das Gefühl, dass der auskünftet ist. Aber das ist ja auch wieder. Also ist das Gefühl, dass du dir散bete, dass der auskünftet, Aber die können noch zwei Minuten so gammeln. Schweine! Komm, ich stimme gleich mit Nahkampf auf mich zu. Wetten wir? Wetten wir? Ich habe das Gefühl, ich muss hier gegen zwei kämpfen, Shit. Die Musik ist ein bisschen nervig. Ich muss die Musik mal ausschalten, weil die stört schon. Man kann dann gar nichts mehr hören. Ich hau die Teamer weg. Ja. Also wenn die Team, aber die standen sich gerade einfach gegenüber und haben nichts gemacht. So. Aber mal schauen. Vielleicht teamen die ja auch nicht so. Es sah halt nur krass so aus. Ja, die Team, die Team. Okay. Ja, die Team. Die sind ja wieder nebeneinander. Einfach. Na ja, toll. Okay. Der andere lebt halt gleich auch wieder, ist das Problem. Eine. Die Team. Oh, gegen Tima! Gegen Tima! Ja, Mann! Fuck! Fuck you! Gegen Scheiß-Tima, damn! Das war jetzt aber fucking spannend, weil das auch noch einfach Tima waren am Ende. Oh! Oh, shit, ey! Ey, Skill, Leute! Skill eliminiert auch Tima! Damn! 2-8 Schaden!